Hallo Leute und willkommen zurück zu Rubber Ducky and the Rainbow Gun. Ich habe vorher noch probiert, dieses Level auf null Fails zu machen. Und es hat echt ein paar Versuche gedauert. Jetzt haben wir aber nochmal genug Coins für ein weiteres Ding. Äh, hier sieht irgendwie verdammt gleich aus. Aber du hast hier noch irgendwie so ein Muster. Was nehmen wir denn mal? Das, was wir jetzt nehmen, damit spielen wir auch die ganze Folge. Ich würde jetzt den roten nehmen. Okay, wählen wir auch aus. Mir ist was Dummes aufgefallen. Ducken, schaut mal. Huch. So schwer ist es also gar nicht. Aber das hier geht nicht? Doch. Hä? Ähm, dann geht aber alles. Lol. Weil keins dieser Dinge ist ganz auf dem Boden. Ich habe gedacht, okay, dann kann man das bei dem zum Beispiel machen. Oder jetzt bei dem. Aber es geht ja komplett. Wow. Easy. Jetzt muss ich nur gut zielen. Ah, und ich kann durch die Teile durchschießen. Noch besser. Aber ich kriege gerade von der Hintergrundwand hier irgendwie ein bisschen Krebs. Ich weiß auch nicht. Oh ja, Münzen in meiner Tasche. Oh, fuck. Man kann sich nicht bewegen, wenn man geduckt ist. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Ach so kann ich's. Oh, wow. Nett. Oh, man. Was ist das? Ducky next went to space. In space, you can find many things. You can find rocks. You can find big rocks. And you can find the developer. Hi there, Ducky. I'm the developer. How are you enjoying the game so far? See, I dropped in to tell you a couple things, being that we're just about at the halfway point already. Ducky, I realize that this game is very short. Actually, it's sort of an interim project gone awry. Did you know that this game was supposed to be a week-long project? Ducky, it got out of hand. But I'm glad of it. But that does not change how short it is. So, from here on out, I'm going to give you a challenge. To keep progressing in this game, Ducky, you will need to rack up perfects on some of the levels. A perfect score means finishing the level with a red checkmark. To get level 7 for instance, you will need one perfect score. Okay. To get the rather spunky Badlands, you will need 3. To get machine world, you'll need 5. And for level 10... Actually, that's the other thing I wanted to talk to you about. See, level 10 is sort of a secret. To get it, you will need to find the secret hidden in each of the other 9 levels. Oh. Here's a hint for the beach. Drop down those holes before you need to. Fall die Löscher runter bevor du selst. Okay. And at the end of space, I'm also going to give you the rocket blarp, which is the last weapon. Are you ready for space? You will be able to use the rocket blarp at the end of space. Switch to it with 5. Hold left click to use the rocket blarp. Press right click to use the grenades. Okay. Irgendwie komme ich bisher nur mit der Rainbow ganz gut klar. Was ist denn die 4? Ach, Pinguine. Oh, lol. Okay, halt. Halt. Wollen wir das nicht nochmal probieren? Einmal nochmal kurz durch Krebs. Wenn ich 5 schonmal hab? Ja, mehr als 5 brauch ich doch laut ihm nicht. Und für Level 10? Oder ich weiß nicht, ob es mit den anderen Leveln dann noch weiter geht. Für Level 10? Dann einfach nur diese Secrets. Und eins hatten wir schon, weil das der Regenbogenblock war. Bei Tornado. Deshalb ist da der zweite Haken dran. Hm. Und wie find ich hier das Secret? Ich weiß nicht, einfach mal nach links gehen statt nach rechts? Oder die Viecher da links, die sind halt eine Attraktion an sich. Dass mit denen irgendwas ist. Okay, ohne Treffer. Oh, lol. Ein Automatikschussgerät. Ich wollte mal die Rechtsklicksachen benutzen halt. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Glaube ich. Ist halt nur für Nahkampf, aber sonst nicht so schlecht. Was haben wir noch? Ja, dasselbe nochmal. Leute, ich kann die schieben. Hä? Oh, das war's jetzt auch, oder was? Okay, dann ist das mit den Secrets aber schwer. Ja, so oft kann ich das machen. Wir können ja mal einfach probieren, hiermit zu kämpfen. Ja. Ja, funktioniert soweit ganz gut, denke ich. Bevor sie bei mir ankommen, sind sie halt trotzdem immer noch tot. Also funktioniert. Ich find's auch irgendwie lustig, dass man in dem ersten Level am besten Geld farmen kann. So, jetzt geht das doch los. Lol. Hä? The fuck? Vielleicht in alle vier? Oh nein. Ha, das war nicht richtig. Oh, how is that? Das war nicht richtig. Ach, nö. Und nun? Soll ich alle fünf probieren, oder ist einfach einer von denen richtig? Beziehungsweise vier. Ist ja. Den wir vor. Hä? Lol. Halt. Okay, das war falsch. Ja, was passiert denn mit euch? Ach, die Smileys stehen ein Leben wieder her. Ach, das war mit Smileys gemeint. Und dann brauche ich mir ja gar nicht so eine krasse Mühe geben. Hä? 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 Ich hatte meine, ich hab'r vieles Leben. Ich hab'r vieles Leben. Und da? I? Mal. Hä? 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 Dekki soon found himself this dude and this friend, but Oaks, say. Wie find ich denn hier, äh... Halt, vier? Wo ist denn mein Cursor hin? Ich kann hier nicht schießen in diesem Level. Huh. Was könnt ihr in dem Level das Secret sagen? Jetzt kommt gleich halt der allgemeine Regenschauer oder Schneeschauer. Also nicht mehr in meinen sicheren Ort. Hier. Es wird halt immer dunkler. Was passiert denn noch was? Irgendwie nicht. Okay, wird... Hm. Die restlichen Secrets müsste ich wahrscheinlich suchen oder so. Ähm. Aber ja, okay. Wir haben das erstmal alles auf Rot gebracht. Das ist schon mal ganz gut. Dekki next went to space in U. U.A.I.C. Dekki next went to space in 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 U.A.I.C. Das ist so nah auf Tetris. Au. Achso, die tun mir nix. Oh. Okay. Das ist das neue Münzenformel. Oh. Hä? Okay. Ach man. Wieso werde ich denn in jedem Part aufs neue gerufen? Ich verstehe es nicht. So, jetzt habe ich die drei Level hier. Jan, komm mal. Hast du es nicht so gekommen? Man weiß es nicht. Yay. Now you're dapper. Noch ein Achievement. Gut. Wie geht's weiter? 4 von 20. Hey. Das klingt ja nach einer Menge. Ladet. Secret, no more snow. Well, it's still there. Just less dire. No more snow. No more snow. Daran kann ich mir es vielleicht irgendwie ablesen. Kein Schnee mehr. Was müsste ich dafür tun? Einfach nur länger warten? Hm. Looks like someone just likes firing the rainbow gun. Secret bouncy lasers. Secret flip the flop. Well, it's sorter in the level. Secret the standout. It's there. It's unique. Just look closely. Secret it really is the best part. Everyone knows it's the best part. What the fuck? Was ist denn das? Wrong way. Ach man. Das. Das ist doch unfair. Wieso ist das jedes Mal? Das war doch damals nicht so schlimm. What would have been anyway? After. Ja. Das. Das können wir gleich mal machen. Beat the devs score on the last level. Ah. You're addicted to social media. Be addicted to... Ah. Soll ich da auf Twitter klicken oder so? Type the second section of the dialogue from the sixth level backwards into the sheet code selector. Don't forget to punctuate and capitalize properly. Oh. Cool. Das können wir machen. Convince, bother, bribe the dev until everyone gets this achievement. What? 50 Jillian plants in a bounce house. Place? Nein. Ach so. At once? Hm. Get below 8 in speedrun mode. Play with dead epileptic pixel mode on. There's also a game of the same name. Okay. Gut. Machen wir alles gleich. Aber jetzt erst muss ich mich erstmal um Menschen kümmern, die anscheinend nicht 5 Minuten ohne mich leben können. Ich weiß, ich bin so wichtig. Ach. Schlimm ist es. Okay. Bis gleich. So. Okay. Ich bin wieder zurück und habe Social Media und das mit den unter 30 Frames gemacht. It happens sometimes, weil ich mit 29 aufgenommen habe. Und hier musste man echt nur auf das Twitter Zeug klicken. Was steht denn hier ganz unten noch? Ach so. So. Wir könnten natürlich nochmal hier reingeben. Müssen wir sowieso. Ducky next went to in space. Y-y-y-a-z-a-d-s-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Wtf. Wo bin ich? Leute. Ich kann doch jetzt quasi in jedem Level nach oben. Warum bekomme ich den Schaden? Bei mir selber? Hä? Lol. Jetzt hätten wir das auch. Huch. Okay, aber wir können gleich mal. Tatsächlich tut mir selber weh. Also muss ich so machen. Alter. Okay, gut. So kriegt man das Spiel unter 30 Frames. Ähm. Wir gehen mal nochmal rein. Mwaii. Aggro. Weil det är. Hä? Ah, das Ding. Hier ist Bombo-Smileys. Machen wir. Okay, gut. Jetzt gehen wir erstmal vollständig raus. Und noch mit ein bisschen mehr Geld. Ich würde eigentlich gerne noch mehr Geld sammeln für den Raum hier drüben. Was kostet hier eine Sache? Beziehungsweise... Ah, okay. Und wie platziere ich die Instant? Lol, mit Q kann ich meinen Hut ändern? What the fuck ist das denn? Wow. Dann muss es doch irgendeine Taste für Instant geben, oder? Ja. Okay. Ja, weiß ich gerade nicht. Aber das können wir irgendwann mal probieren. Aber da stand ja was mit Instant. Deshalb bin ich mir halt nicht sicher. Was ist das? Ah. Stuck, don't forget to right click too. Is there a costume that might be invincible to snow? Oh. Ob es ein Kostüm gibt, das unverwundbar zu Schnee ist? Oh, ich hab den... Achso, ich hab die Hüte immer noch. Ah. Na? Secret? No more snow. Okay. Gut, dann haben wir das auch gefunden. Äh, hier sind natürlich die grünen Viecher. Ducky decide if ever anything. This text some CUN. Vielleicht kann ich ja hier stehen bleiben. Oder mich da unten als Busch tarnen. Das hier ist gar nicht mehr so leicht. Oh. Jetzt schon. Oh. Weil ich jetzt hier oben bleiben kann. Und weg ist er. Was machst du hier so? Ah. Mit Doppelklick kann ich also auch runter. Lol. Huch. Ja und dann? Okay, ich hab das Secret noch nicht gefunden, aber es gibt Tipps. Don't forget the banana too. Switch with one and two. Vergiss die Banane nicht. Irgendwas soll ich mit der Banane machen. Was machst du aufFFici? Ah. Oh. 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 Oh, oh. Ah, oh dolly. Ne, so verlässt man einfach das Level. Der Jack ist handy. Did you know you can get health from the smileys that the rock candy launcher drops and the penguin is great against the bug brigade? Ah ja, stimmt. Ja, aber was hier generell das Secret ist, weiß ich auch nicht so ganz. Hier muss es halt auch noch eins geben, wovon ich eigentlich dachte, dass es kommt, wenn man alle hat. Aber okay, gut, damit haben wir das erstmal abgeklärt. Ich weiß nicht, was wir hier alles machen können. Okay, gut, es sah so grau aus, als dürfte ich nicht rein. Aber anscheinend darf ich hier schon überall hin. Nur nicht an Level 10. Dann werden wir das nächste Mal weiterschauen. Dann werde ich nach noch mehr Achievements Ausschau halten. Wir könnten das hier halt noch probieren. Aber ob das so richtig ist? Hm, ich kann ja einfach mal bis 364 machen. Okay, gut. Okay, gut. Ja, nice. Okay, dann hat das auch gekleppt. Keine Ahnung, ähm, das hier können wir das nächste Mal noch machen. Okay, erstmal danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschau.